Leute ihr werdet das nicht glauben ich bin so aufgeregt nach so langer Zeit kehrt die Chrissy wieder zu mir zurück die müsste jeden Moment erscheinen ich bin so aufgeregt so nervös warten wir mal ab ich bin echt gespannt wie sie reagiert dass ich sie abhole ich bin echt nervös sie müsste jeden Augenblick da lang kommen Leute ich fasse es nicht sie ist es wirklich Könnt ihr sie sehen Leute Leute sie ist es Kinder Kleine 2 2 3 2 1 2 1 2